Ein Sommertag Bier im Buche steht mit Ostwinden um drei bis vier Bufourg. Der Start in Richtung Osten gegen den Wind. Der Raumekurs zur 73 war für mich ein Eiertanz mit seitlicher ungemütlicher Welle. Und hier der am Wind Kurs von der 69 zurück zum Ziel. Mit dem Vierer Wind kam ich schnell voran und konnte immer im Gleiten bleiben. Der Raumekurs. 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 Jetzt erst konnte ich die Zielflacke erkennen und musste so einen kleinen Schlenker bis ins Ziel machen. 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 Wasp? 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 Vamos! 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 ...não é ir! 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 É, eu acho que é muito bom! Ich hatte das viel zu spät mitbekommen. Ich sah, dass sie sich hier hinsetzen und dann versammelt sich hier die ersten Schiffe. Sie mussten ihrem Mann an Land gehen und da hinsetzen. Und jetzt die gefahrene Strecke vom Start zum 73 und weiter kreuzen zur 69 und zurück im schnellen Raumkurs zum Ziel. Die gesamte Strecke betrug etwa 11 Kilometer und in dieser Reihenfolge kamen sie alle ins Ziel. Die Strecke betrug etwa 11 Kilometer und in dieser Reihenfolge kamen sie alle ins Ziel. Untertitelung des ZDF, 2020